Was ist denn hier passiert, Alter? Du bist schon früh wach, ey. Hallo Freunde, heute bin ich an der FH Lübeck, habe meinen Vortrag gerade gehalten für dieses Berufspraktikum, ist alles gut gegangen. Ich habe übrigens auch alle Klausuren bestanden. Und jetzt werde ich mich auf den Weg begeben zum Bulli-Festival nach Wolfsburg und wünsche euch dabei viel Spaß und ich habe schon mega Bock. Geil. So, ich bin jetzt angekommen. Mathis hat mich zu dem Stellplatz geführt. Wir sind jetzt doch auf Sektor F und das ist direkt am See. Hier sind schon ein paar Leute bei Mathis unterwegs und so, schnacken ihn voll mit seiner Ausstattung und so. und ich freue mich, dass ich jetzt auf jeden Fall hier bin. Ihr könnt ein paar schöne Aufnahmen erwarten und ja, ich schaue mich hier selber jetzt erstmal ein bisschen um. Ja. 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 Gucken und jetzt erst mal eine Runde baden gehen. Musik So, jetzt gucken wir uns mal den schrottigsten Bulli hier an, auf dem Festival, der wird jetzt gekürt. Wenn du dich auf dem Festivalgelände umguckst, du wirst keinen würdigen Preisträger für so eine Kategorie finden. Die Fahrzeuge sind alle gepflegt und in einem super Zustand. Schlimmer geht's nimmer. Schlimmer geht's nimmer. Wir sind gespannt. 9000 Watt, 7 Batterien, 24 Lautsprecher. Ich glaube, das ist ein Applaus wert, oder? Also, ganz pein. Alter, was ist denn hier passiert, Alter? Wir sind schon früh wach, ey. Wir haben jetzt Samstagmorgen und Julie ist gestern Abend jetzt auch vorbeigekommen. Die sitzt hinter der Kamera und wir werden jetzt Sonntag den Konvoi anführen nach Hannover und darauf freuen wir uns schon. Und heute ist ein bisschen Regen angesagt wohl anscheinend. Wir wussten es nicht, aber jetzt sitzen wir im Bus und frühstücken erstmal. Mal sehen, was heute noch so abgeht. Guten Morgen! Wir haben jetzt schon Sonntag. Gestern ging noch richtig was los hier. Also wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen. Nachmittags hat es noch aufgehört zu regnen. Also es war echt noch bombastisch geil. Wir fahren jetzt gleich mit dem Konvoi mit und Mattes führt den sogar an. Ich soll irgendwo in der Mitte fahren, damit wir uns irgendwie sozusagen nicht verlieren. Und ja, jetzt fahren wir erstmal hoch zum Treffpunkt. Angekommen beim Parkplatz vom Konvoi und gleich geht's hoffentlich weiter. Musik Musik Ein ziemlich abruptes Ende, aber wir hatten einfach noch viel Spaß. Ich sehe Mattes auch echt selten und wir verstehen uns echt super. Falls ihr noch mehr vom Bulli Festival sehen wollt, dann guckt auf jeden Fall bei Mattes vorbei. Der hat auch ein Video dazu gemacht. Und ein großes Dankeschön geht natürlich an die Veranstalter raus, dass wir dabei sein konnten. Hoffentlich können wir nächstes Jahr wieder dabei sein auf Fehmarn. Oder vielleicht gibt es ja in Wolfsburg jetzt standardmäßig ein Bulli Festival. Und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Also haut rein. Schmeckt? Kolf. Kolf? Kolf Eiszee von... Ja.